Willkommen bei Sägebob. Heute ist wieder Waldzeit und ich nehme euch mal mit zu einer Wasserquelle mitten im Wald. Und das Besondere bei dieser Quelle ist, dass diese einen sehr hohen Calciumgehalt besitzt. Es gibt nur noch wenige Quellen in Deutschland, wo dieser Calciumgehalt höher ist. Und da mein Calciumwasser gerade alle ist, passt das sehr gut. Natürlich nehme ich jetzt nicht nur so eine kleine Flasche mit, sondern einen größeren Kanister. Und diese Quelle befindet sich mitten in Stecklenberg. Ich hatte auch letztens erst ein Video gemacht von der Burkruine Stecklenberg, die sich auch sehr zu besuchen lohnt. Und jetzt geht's auch schon los. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Spannungsgelade Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Da kommen natürlich noch weitere. Hier habe ich Wasser drin. Ja, es schmeckt. Wer wissen will, wie der Geschmack ist, der ist etwas weicher als das normale Leitungswasser. Und ich würde mal sagen, man schmeckt ein bisschen mehr Mineralien raus. Und ich hoffe, das wird euch gefallen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.